Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Trennhexe wird straight angesetzt. Dann wird der unsolide Schrank der Kuchenblech-Mafia in kürzester Zeit zusammenfallen. Ein wenig später. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben oder ob Sie die Zeit gestoppt haben. Er ist einmal über die gesamte Fläche durch. Im Grunde genommen ist der Schrank zwar noch nicht auf, aber das ist jetzt nur noch eine Frage von Sekunden. Nach einiger Zeit. Nur zur Sicherheit gleich noch ein dritter Schnitt durchs Kuchenblech. Prinzipiell müsste der Geldschrank jetzt auseinanderfallen. Unsolide wie er ist. Die falsche Brechstange. Weich wie Schuhkarton. Bleibt nur eins. Ein lächerlicher kleiner Schnitt und dann wassers. Es scheint vollbracht. Jetzt zeigt er sich. Unsolide wie Kuchenblech ist dieser Panzerschrank. Tatsächlich im Grunde eine Sache von Minuten, doch dahinter kommt eine weitere Blechwand zum Vorschein. Das ist das Regelwerk. Das Regelwerk geht hier lang. Das ist rausgerissen. Der Schrank ist im Prinzip auf. Im Prinzip, jawohl. Fehlt nur noch das letzte Stück Kuchenblech. Im Prinzip ist dieser Geldschrank auf. Nein, das geht so nicht. Wir müssen die Brechstange dafür. Weil wir einen glatten Boden haben hier. Wir verlassen die Arbeiten, denn langsam wird es brenzlig. Die Stimmung ist nicht gut. Der Ramp ist im Grunde genommen auf. Dennoch ist eines klar. Die Panzerschränke der Konkurrenz sind aus Kuchenblech. Und im Prinzip in Sekundenschnelle zu öffnen. Jedenfalls für erfahrene Experten wie die Männer von der MCR-Geldschrankvertriebsgesellschaft aus Berlin.